Hallo, ich bin der Roman und dieses Mal habe ich eine Wandaufbauleuchte für den Außenbereich dabei, nämlich die Avior. Die Avior ist aus Aluminium gefertigt und an der Vorderseite ist ein großer Diffusor angebracht, der natürlich für die Lichtverteilung sorgt, aber auch wie ein Teil des Gehäuses wirkt. Also sie ist recht schlank eigentlich von der Optik her, der leuchtende Anteil der Leuchte ist relativ groß. Sie ist IP54 klassifiziert, das heißt auf jeden Fall auch im Außenbereich, wo es auch hinregnet, ist kein Problem. Noch kurz ein paar Sätze zur Befestigung der Leuchte. Hier ist das Base, ich habe das schon mal aufgeschraubt, dann nimmt man es einfach ab, mit zwei Schrauben an die Wand, die sind im Lieferumfang enthalten. Ansonsten sieht man hier die Lüsterklemme, da werden einfach die 230V im Hausanschluss angeschlossen und hier durch diese Silikonmuffe hier durchgedrückt, dass es auch dicht ist. Ich bin mir sicher, die Avior ist genau das, wonach ihr gesucht habt. Als kleiner Tipp, man kann selbstklebende Nummern hier aufbringen, dann kann man das Ding auch als Hausnummernleuchte verwenden. Also viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, euer Roman. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.